Hallo YouTube, was das ist, erfahrt ihr, wie immer, wenn ihr dranbleibt. So, ich habe mal wieder etwas Chaos-Mekata gemacht und zwar verbreite ich diesmal Chaos in Großbritannien. Das war ein Auftrag, der geht nach United Kingdom und habe hier Chaos-Mekata gemacht aus holländischem Camo und habe das kombiniert mit rotem Jute-Gewebe. Und bei dieser Platte hier habe ich zusätzlich noch, kann man so zwar schwer erkennen, aber da ist noch ein bisschen Bundeswehr-Wüsten-Tarn dabei. Und ja, die Platten habe ich zurechtgesägt und habe hier mal so ein Stückchen angeschliffen. Ich hoffe, man kann irgendwie was erkennen. Das hat immer so ein Rest, da sind natürlich die Lagen, da läuft alles aus, also es ist nicht so sauber wie das normale Paket. Aber ich denke mal, man kann schon so ein kleines bisschen was erkennen. Das ist jetzt aus dem Paket, wo noch ein bisschen Bundeswehr dabei ist. Gut, das soll schon gewesen sein, wo ich nochmal gezeigt habe, was ich gemacht habe. Bis demnächst, geht bald weiter mit irgendwelchen Sachen, neuen Sachen. Dann macht's gut, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.